ah schön dass du da bist guten morgen und herzlich willkommen zu einer runde guten morgen league of legends wir spielen wieder als wawik wieder im jungle wir haben den 15.02 wir haben heute vor drei minuten oder so ist die erste folge online gegangen um 8 uhr morgens ja ja wir haben kurz nach acht ich bin eben aufgestanden ich habe nicht viel gemacht ich war auf dem klo ich habe mir einen kaffee gekocht mein handy ans ladekabel gesteckt weil es über nacht irgendwie nicht geladen hat und ja kommt schon kommt schon kommt schon ich komme wieder hat der wichser geflecht hat er doch geflecht ist ja auch hier penetrant mit dem können ausschließen der macht die ganz viel nass war doch gut und er meint hab nix gesagt sowas oh 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 legitimann Wir gehen einmal. Hathaft Mana war ein bisschen mehr. Okay, okay. Es wird extrem. Es wird extrem. Wir müssen hier... Oh, oh, oh. So viel Damage können wir gar nicht verteilen. Du ungewaschenes Stück. Komm, komm. Wobei, da sind mehrere. Den geben wir. Sehr schön. So muss das sein. So muss das sein. Haben wir gut gemacht. Der ist leider daneben gesprungen. Und dann geht er noch nie rein. Und dann geh ich auch wieder. Und dann geh ich auch wieder. Ich hab's noch nie. Ich hab's noch nie. Ich hab's noch nie. Ja. Ja. Das ist so cool. Oh, jetzt sind sie zu dritt. Drei No-Life-Smocks. Oh Mann. Hier wird nicht back gehofft. Uncool! Damn. Hi! Ich liebe diese Ulti. Ich finde sie sogar besser als die. Oh Mann. Uncool. 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 Und gibt der auch noch. Der Kleine. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Jaco. Nicht beleidigen werden. Das muss ich noch tun können. In der Luft hängen. Hört mal die Olle da schon wieder. Und verwirrt sein! Und verwirrt sein! Juhu! Oho! Oho! Dieser Heal von der Nami! Au! Au! Der Heal von der Nami ist böse! Damn! Ähm, da waren ein paar viele unterwegs, muss man mal so sagen. Wir hätten Nami fokussen sollen, das wäre natürlich besser gewesen. Aber hey, wir wollen hier jetzt, äh... Du kannst gar nichts ohne Nami, ist dir das eigentlich klar? Alter, was ist die geplatzt? Das hätte ich so nicht erwartet. Kommst du her? Hups. Nein, nein, nein. No, 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 no. Gut, dann hole ich mir jetzt mal einen Blubuff. Mal schön mit euch. Sehr schön. Nami ist raus, damit kann man Spaß haben. Ja, das sollen sie auch sonst wo hinkommen. Wir machen jetzt erstmal hier schöne Dings. Gut. Ich möchte gern smiten. Smiten! Wuhu! Mein Kill. Ja. Das ist der halt wie, äh... so ein überfülltes Kondo. Eklige Vorstellung, aber das ist ihm gerade passiert. Muss man ja mal so sagen. Irgendwer will die ganze Zeit... Oh, die haben surrendered. Ja gut, dann würde ich mal sagen, äh... Ja, ist vorbei hier, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da. Wenn dem so ist, dann wissen wir das nämlich auch. Und, äh... Viel Erfolg, good luck, have fun, bye bye.